Ich weiß nicht, warum ich irgendwie Junkrat oder Road oder sowas habe. Ich glaube Tanks sind vorne, DDs in der Mitte und Support hinten. Okay. Ich habe es natürlich nicht ausgerüstet, sonst könnte ich dir zeigen, was ich meine. Aber... We will see. Havanna? Ah! Die Gerechtigkeit und Genüge getan werden. Dann muss man wieder in der gute alte Genierter sein. Tritt ja eigentlich auch, wenn man von außen guckt? Wenn der Nahkampf angepasst? Ja, macht er. Haha, okay. Okay. So, sieht so ein bisschen... Der Runde Applaus dafür. Warte, warte. Warte, warte. Guck mal. Den finde ich besonders schön. Fünf, vier, drei, zwei, eins, andere beginnt. Okay, mein Schild ist weg. Okay, mein Schild ist weg. Der Schild ist weg. Der Schild ist weg. Der Schild ist weg. Der betrifft mir, der Schild ist weg. Vielen Schild ist weg. Der Schild ist weg. Und dann hat er in Observation. Aber ich dachte ein, weggehen werden sie dann nicht freiwillig. Dang it. Rian, bisschen heiler, ich bin hinter dich, ich bräuchte viel. Oh, ein Bastion wird schon wieder benutzt. Komm schonmal mit mir mit. Was ist bei mir? Ich brauche gleich, ich brauche gleich einen, gib bitte einen Debuff am besten. Oh, fertig, fertig. So. Einmal die Runde. Hinten wir uns? Hinten wir uns? Hinten wir uns? Komm schon. Die ist nicht, sie ist nicht tot. Nein. Wir pushen einfach. Ist ja nicht unser Problem. Jetzt vielleicht stärkt wir, dass Kappen gehen. Fähig zu dumm sind. Besschen ist da oben, zusammen mit Mercy und Ash. Ja, ist tot, ist tot. Der wird Take wieder überlegen. ich bin so traurig gesagt der verkehrt und wiederbelebt wird und sich ab eigentlich eine volle ich bleibe hier vorne so stehen und ich habe sie nicht verfehlen die sie nicht bewegen ich könnte mit dem schild stoff rein wenn du die alles dann ich habe den wiederbelebten mal direkt wenn ich die fliege 1, 2, 3, 4, und RIP! Rüde geschützt, Alter. Sehr gut, und PUSH! Oh mein Gott, der Bisschen brauchen wieder zwei. Drei Leute. Stimmt, was? Warte, komm hier, komm hier nach links, komm nach links. Ich hab ne Elf an mir, dankeschön. Gut gespielt, Dankeschön. Lebenvater ist da. Ich hab noch meinen Erzsketter, aber ganz ernst, wenn ich damit jetzt schon nicht treffen, bringt's leider nichts. Und der Spray halt da oben schon wieder so ein Meister, ne? In uns, oh Gott. Bisschen ist da oben, ja. Einfach, einfach hinter dem Ding bleiben, hier hinter dem Objective, dann kann es uns egal sein. Alter. Kann ich mal da stehen bleiben und ganz kurz mal meine Dinger spämen, ne? Leif, ich hab mir jetzt in der Luft getroffen mit meinem, mit meinem Schildschlag. Ja, das ist so. Ich heil mich selber, ich heil mich selber. Ja, Bisschen weiß halt, dass ich hier bin, ne? Alter, wie mein Schild runterschmelt. Der hat meinen kompletten 1600 Schild runtergauen. Alter, ich bin da, ein Special Spray ist nicht halt weg. Aber der Bot müsste gestunt sein. Der müsste relativ lange liegen. Nöööö. Oh leu. Das war ein Random-Match-Shot. Ich nehm jetzt mal Rory sein, der dumpfen Hoffnung, dass ich den da mit nem Ball runtergezogen bin. Das Spiel kann man auch zu zweitspielen, ne? Ja, Bisschen steht da oben halt nur, um Barrikaden runterzusprayen. Der macht nichts anderes. Das Spiel kann man auch zu zweitspielen, Bisschen. Blöde. Kannst du Dewa mal nen Debuff geben? Na, wo kommt er, wo kommt er, wo kommt er? Ich hab ihn leider nicht von der Map gepullt bekommen, aber good job, Leon. Der Debuff war wichtig. Jo. Hinter mein Schild. Ääh! Fuck. Mich wird's zerlegen. Ja. Buh? Ich hab den Schild schlecht gesetzt, leider. Zum Leid. Ja, moin. Ich verstand, ob ich da jetzt aufgegangen bin, wenn mir gar nicht. Scheiße. Ah, wir sind auf den finalen Metern. Geht halt nur darum, dass ich Bess schon halt schneller runterspraye, wenn du dem Debuff schickst. Oh mein Gott. Wie springt du da drück, wenn du die Klippe runter, ne? Wenn du Bess schon debuffst, krieg ich den runter, Julian. Kriegst du den einmal? Moiron. Ich bin aber auch tot. Ja, Moiron, der scheiß Zwerg, ne? Was der für ein DTS macht. Was dem Gwerg an Schaden macht. Polio. Oh, fuck. Oh, nein, sie lässt sich ficken. Oh, das ist geschützt. Schade. Sie hätte einfach nur hinten vor dem Polio. Ja, ja, ja. Das hat keiner gemerkt. Ich hab meinen Schadensboost. Wenn ich den irgendwie möglich nahe, ob ich jetzt wegkriege, weiß schon, ist wieder da oben. Ja. Habe ich zwei DIN weg. Ja. Ja. Das ist ja was der für ein Damage macht, ne? Krieg Heilung? Wisse. Dankeschön. Ach, nee. Doch, doch, doch. Ja, das war ich genossen, Dulce. Oh mein Gott, sie töten sich gegenseitig. Nicht so schnell. Mercy und Bastion sind down. Mercy und Bastion sind down. Nur noch Moira. Moira hab ich auch. Jetzt der Sperg. Ich bin tot. Unser Bock, ne? Ja. Jawoll. Könnte mir sogar noch einen echten Play of the Game einbringen. Auch wenn ich relativ... Auch wenn ich relativ... Ich hab der 3 für der Typik hier gemacht, der wird schon ein Problem. Oh mein Gott. Ja, ich weiß schon Moira. Als sie... Als sie den Brücken dann gepusht hat, da hat sie am Ende Ash geholt. Pass auf. Jetzt ultert sie. Dann kriegt sie mich halt aktiv mit, weil mich der Zwerg halt macht. Guck mal, die hat 8 Cent gemacht. Jetzt lietscht sie halt Anna. Äh, Ash mein ich. Ja. Aber die haben so gut gespielt. Ich kuss. Geh raus.